So, das ist heute die Zwischenrunde HKM, unser erstes Guttenspiel, der Gegner wird PSV Kalisburg sein. Eben hatte der Klub im ersten Spiel der Zwischenrunde die Flügelredler mit 4-1 geschlagen. Alle Jungs, schauen wir mal, wie es heute läuft. Gegner Kalisburg, äh, äh, Kalisburg, ja. So, die Wanderer zu Maxi, Ivo, Maxi, nee, kommt ja nicht an. So, komm Maxi, jetzt! Ah, rüber! Jawoll, jawoll, schau um! Ah! Der Schuss lag gut! Ah, wow, 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 wow! So, schauen wir mal. Komm Maxi gegen. Oh, nein! Ah! Ah! Ivo, Flanke, Maxi! Jetzt! Ah! Und, oh, schön gespielt, Jungs! Ah, herrlich! Prima! So, Maxi, Maxi, Drehung! Ah! Zurück! Ah! Und, oh, schön gespielt, Jungs! Maxi! Maxi! Oh, herrlich! Ivo! Maxi! Ah! Kriegt er nicht mehr! So, jetzt Ivo! Oh! Ja, sowas kann man reingehen! Schau! Oh, Scheiße! Oh! Oh! Mittelschuss! Und hat er jetzt gut! Kubi für Max! Jetzt hat Serkan! Jawoll! Oh! Oh! Herrlich! Schade! Pfosten drückt Pechauer auch wieder durch! Schengerschuss von Serkan! Nach Ablage von Maxi! Komm, Robert, hast du! Und jetzt gleich weiter! Serkan, jetzt komm! Oh Maxi, nicht so lass! Abschuss! Boah! Fasten, du! Kubi lenkt an Fasten! Serkan kämpft! Herrlich! Das war jetzt Glück für uns, du! Aber das haben wir selber reingehauen! Das! Uno! Jawoll! Kommt, Jungs! Jetzt hat Serkan mit Überlegung! Das hat... Ja, es ist... Serkan kämpft! Weiter! Jetzt hat Drehung! Oh, es war da! Oh! 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 Kubi! Oh! Meine Bresse! Kubi! Auf Serkan! Serkan! Oh! 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 Das! Und jetzt! Ah! Geht weiter! Jetzt Kubi! Lars! Das wird zu enge! Das wird zu enge! Das wird zu enge! Vorsicht! Ja! Jetzt Serkan! Ja! 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 Serkan! Ja! Herrlich gemacht! Von links auf rechts! Und dann hat er eingelog zum 1-0 gegen Kadolsburg. Klasse gemacht! Von Serkan! Super gemacht! es ist immer noch heißes ding hier dennis dennis kannst du wehren